Ich brauche erstmal einen Schluck Kaffee. So, und dann ran an die schnöde Thematik, ran an das Räudige, ran an die trockene Theorie und an das, was bei manchen Leuten Puls hervorbringt. Richtig Puls. Also, heute weniger Schwerpunkt auf die krummen Routen. Ich meine, ich muss nebenbei natürlich noch ein bisschen was rausziehen. Aber Schwerpunkt heute tatsächlich die Community an sich. Was haben wir denn im Game, im Feierabend-TV, auf dem Discord, im In-Game-Chat? Was haben wir denn da zusammen? Ich meine, wir haben im Discord über 1000 oder wir gehen auf die 1300 zu. Sehr, sehr viele Angelbegeisterte. Und es wird da natürlich auch langsam so, dass man sagt, okay, wir brauchen so ein paar Regeln. Daher wurden auch in den letzten Tagen Regeln festgelegt, beziehungsweise Vorschläge auch schon gemacht, wie man am besten neue Spots postet. Damit, dass man eben Fragen stellt an den richtigen Kanälen und dass da die Fragen nicht einfach wild irgendwo reingeballert werden, damit das Ganze auch übersichtlich bleibt und damit da auch jeder seine Frage beantwortet bekommt. Der Link zum Discord ist ja unter dem Video. Und ja, wir haben zwar das Jahr 2021 ganz wild, aber trotz allem scheinen manche immer noch nicht Discord zu kennen oder zu nutzen und denken sich, Alter, was ist das Gefährliches? Und ich habe mir gedacht, komm Alten, tappst du doch einfach mal kurz raus, guckst dir mal hier so einen Kanal an und gehst einfach mal auf ein Video. Posen angeln? Nee, Alten, diesmal nicht Posen angeln, sondern hier einfach auf dem Discord-Link. Alter Falter, ist das ein Ding. Man klickt auf den Link, der Browser öffnet sich und zack, ist man da quasi schon drauf und kann jetzt hier, so, Karpfenklopper 500 kann man zum Beispiel sagen, alles klar, Benutzungsbedingungen akzeptieren und weiter und schon, ja, ich bin wahrscheinlich auch menschlich und schon ist man da drin. Schon ist man auf dem Discord. So easy geht das. Es kann natürlich sein, jetzt wo ich das gerade sehe, ich wurde auch schon angeschrieben und da hieß es, ja, aber wenn ich mein Geburtsdatum da eintippe, ich bin zu jung. Das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Inwieweit hier die Nutzungsbedingungen sind bezüglich des Alters, muss ich gestehen, wehe ich gar nicht. Also, ich wehe es nicht. Aber wenn ich jetzt hier runter scrolle und bei mir, gut, ich muss jetzt nur zweimal scrollen, nur zweimal scrollen, dann kommt man da halt locker irgendwie rein und guck mal da, man kann einfach irgendwie was reinhacken. Man kann natürlich dann auch hier, ne, mit allem drum und dran sich anmelden, aber im Großen und Ganzen ist man jetzt schon eigentlich drin. Man sieht, man ist der Nächste, den müssen wir gleich erstmal wieder löschen, man ist aber der Nächste Nutzer. Man hat hier an der Seite den Kanal und hier unten sind die ganzen Gewässer mit den ganzen Tipps und Tricks. Aber man sieht sie nicht, solange man nicht hier in der Eingangshalle beziehungsweise hier unten drunter bei den Regeln, guck mal da, ganz simpel, die Regeln einmal durchlesen, worum geht es denn hier, dass man sich halt ein bisschen vernünftig verhält. Daumen da lassen, katsching und schon wird man selber freigeschaltet und sieht auch die ganzen Spots, zum Beispiel an der alten Festung oder jetzt gerade hier aktuell am Windenbach. Der Lord Morpheus hat hier gerade wunderbar einen Spot reingeballert, wo denn hier was geht, mit welchen Ködern und so weiter, auf welchem Setup und so. Also easy gemacht. Guck mal hier, Brassen laufen ja aktuell am Koori. Brassen hinten in der Hechtecke lübt. Also, so simpel kann das sein mit dem Discord. Auch später dann, wenn wir neben Russian Fishing dann auch nochmal in New World reingehen, haben wir hier nochmal einen Kanal extra für New World. Ansonsten gibt es hier den ganz normalen Chat, wo die Fragen gestellt werden können oder wir haben hier natürlich auch sowas wie eine Trophyhalle, wo die ganzen dicken Dinger reingepostet werden und eine Übersicht zu den Hilfe-Videos, falls man Fragen hat zum richtig Skillen, ob man sich hier Vorfächer selber basteln soll oder, oder, oder. Was soll ich kaufen? Immer wieder die gleichen Fragen. All das wird ja hier alles schon erklärt. Und wenn man dann immer noch was ganz Spezielles hat, da kann man auch gerne noch in den Hilfe-Channel reingehen und da nochmal seine Frage stellen. Auch ziemlich einfach. Gar nicht so schwierig. Und dann lübt das alles auch. Und dann ist das auch ganz entspannt und man kann viel besser hier im Discord miteinander kommunizieren, als in diesem sehr einfachen Chat im Game. Wenn ihr euch überlegt, wir haben hier zwei Zeilen, zwei Zeilen, um irgendwas zu schreiben und das meiste, was geschrieben wird, ist halt wirklich, wie mache ich am meisten Silber, wie kann ich mit Level 5 Störangeln, wo, das war jetzt ganz aktuell, wo fange ich am Windenbach Zander und da muss man natürlich auch sagen, da liegt die Schuld ein bisschen auch am Game. Wir hatten das jetzt die Tage im Stream ja auch gesehen, woran das liegt. Man sieht einfach, gerade als Starter, als Anfänger, guckst du in die Cafés rein, du siehst die Kaffeeaufträge und die Kaffeeaufträge im Game sind leider immer noch nicht optimiert. Die haben zwar schön die Dauer der Kaffeeaufträge hochgeschraubt, damit man lange die Chance hat, so einen Kaffeeauftrag auch zu absolvieren, als Begründung. Die Kaffeeaufträge, die da aber völliger Bullshit sind, die sind da immer noch drin. Zum Beispiel Zander-Trophy am Windenbach, Hecht-Trophy am Moskitosee und so weiter und so weiter. Ihr werdet bestimmt auch noch einige kennen von diesen Trophy-Aufträgen, die man garantiert nicht fängt oder mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit nicht an diesem Gewässer fängt. Von daher an die Low-Level-Angler, schaut euch die Basis-Videos an, wo fängt man einfach Fisch, mit welchem Setup fängt man Fisch, welche Köder braucht man am Anfang. Man muss am Anfang nicht Knoblauchteig haben, Quarkteig haben, Tauwürmer und Fischfetzen oder Krebsschwänze oder sowas. Das ist alles halt komplett übertrieben. Man kann gerade in den ersten Leveln super mit dem Regenwurm angeln, super mit Brotteig angeln und ist damit echt erfolgreich. Also, schön starten, entspannt starten das Game. Ihr kommt noch schnell genug in den High-Level-Bereich, wo ihr dann diese ganzen teuren Köder auch benötigt, damit es weitergeht. Aber anfangs geht das halt alles einfach nicht so schnell. Und man kann auch tatsächlich im Low-Level-Bereich halt richtig gut Kohle machen. Ja, jetzt gerade zuletzt noch das Hasel-Video. Auch damit kann man super am Anfang starten, weil es einfach echt ergiebig ist und richtig gut Silber bringt. Ja, kommen wir nochmal zu dem Verhalten, speziell auch im In-Game-Chat. Auch da sind wir ziemlich groß mittlerweile aufgestellt. Der In-Game-Chat eskaliert ein wenig. Auch das ist dem Game geschuldet. Das heißt, ja, wir sind bei 620 Nutzern. Das schwankt immer ein bisschen. Aber auf jeden Fall über 600 Nutzern zur Zeit. Der In-Game-Chat ist damit überfordert. Da gibt es ein offizielles Statement von RF4, dass Kanäle mit über 300 Nutzern immer mal wieder, dass die Nachrichten quasi nicht angezeigt werden, dass Fänge nicht angezeigt werden und so weiter und so weiter. Wann da an diesem, ja, man muss schon sagen, sehr armseligen In-Game-Chat mal was gemacht wird. Wir können es nur hoffen. Es gibt keinerlei Einstellungsmöglichkeiten, hier irgendwie was zu optimieren oder zu gruppieren oder sowas in der Art. Geschweige denn die Anzahl der Zeichen. Das ist ja auch wirklich hart begrenzt. Von daher bitte ich euch wirklich, nutzt den In-Game-Chat wirklich nur für minimale, Kommunikation, nicht großartig Fragen stellen da drin, weil allein das Antworten ist manchmal so komplex, dass man wirklich hier fünf, sechs Mal was schreibt, dann wird eine Nachricht nicht übermittelt, die die Antworten sind gefrustet. Es ist halt wirklich ein Chat, der für einen guten Tag und geht zum Fisch oder zum Level Up oder so weiter. Dafür reicht es irgendwie gerade. Aber wenn es wirklich um Fragen geht, ab in Discord damit, wenn es um Fragen geht wie Spots hundertprozentig erst ins Discord schauen, bevor man da eine Frage stellt, weil auch die Leute, die hier schon seit Jahren angeln, die kriegen Puls, die kriegen wirklich manchmal schlechte Laune, muss man einfach sagen, weil es sind von den Fragen immer wieder die gleichen und die Fragen sind einfach beantwortet. Die Fragen stehen im Discord, dafür existiert das ja. Einfach reingucken, zack, Frage ist beantwortet, geil, erfolgreich angeln, Kohle machen, Silber verdienen, neues Set, wie stelle ich was zusammen, zack, guckt man ins Discord rein, jawohl, Antwort gefunden, easy. Und schon haben auch die alten Hasen wieder Spaß am Game und sagen nicht, Alter, ich kriege zu viel, wenn ich hier im Chat bin, ich kann da schon gar nicht mehr drauf achten, ich muss den Chat zukleben, ich will das gar nicht mehr sehen, das kann es ja auch nicht sein. Zu guter Letzt allerdings trotz allem noch die Bitte, fragt, fragt wirklich viel an den richtigen Stellen, aber fragt. Denn häufig kommen dann auch wirklich so Meldungen, die dann sagen, ich habe mir das und das gekauft und dann ist das, da ist das Kind im Brunnen gefallen, dann hat man das Geld ausgegeben, das Silber ausgegeben, man hat sich was verkehrtes gekauft und steht dann da und denkt sich, ja verdammt nochmal, ich sollte ja nicht, ich durfte ja nicht fragen. Nee, das soll das definitiv nicht heißen. Gerade im Low-Level-Bereich Fragen stellen. Ganz, ganz wichtig, haut die Fragen raus, es sind immer Leute aktiv im Discord, ich schaue da auch regelmäßig rein und es wird immer auch vernünftig geantwortet, beziehungsweise wenn es mal eine falsche Antwort gibt oder eine Antwort, die nicht so hundertprozentig richtig ist, dann wird das auch sofort oder relativ schnell wieder korrigiert. Es gibt genug Leute hier in der Community, die seit vielen, vielen Jahren das Game zocken, viele tausend Stunden in dem Game haben und es haben sich einfach mittlerweile verschiedene Sets, verschiedene Angelmethoden und so weiter haben sich bewährt und vertraut da drauf, gerade auf die alten Hasen. Schaut einfach ein bisschen auch auf das Level von den Leuten, die euch da antworten. Es macht einfach einen Unterschied, ob man jetzt hier reinguckt und das ist jemand, der viel, viel Erfahrung hat im Game mit 5000 Stunden und 43, Level 43 oder ob es jemand ist, der vielleicht gerade, ja, Level 20 ist und mal irgendwie was gehört hat und ja, jeder macht seine Erfahrung absolut richtig und auch ein Level 20 kann gute Tipps geben. Auch das soll nicht heißen, dass die Tipps von jemandem mit Level 20 nicht wertvoll sind. Trotz allem ist es halt immer die Frage, das ist halt eine kürzere Momentaufnahme sozusagen. Mit Level 20 kann man einfach nicht so viel Erfahrung haben, wie mit einem drei, vier, fünffachen an Spielzeit. Also, so viel kurz und knapp zu dem Stand der Dinge. Ich danke euch allen für den Wahnsinns Support. Seit diesem Monat heißt es für mich Vollgas auf YouTube, Vollgas auf Twitch, Vollgas allerdings auch. Na, wo sind wir hier? Neben den Sachen hier in der Community, neben R4, seht ihr ja zum Beispiel auch hier geile Shirts. Bisschen Werbung muss natürlich sein. Das heißt hier, die Alt-Shirts zuletzt noch gebaut, bin ich sehr, sehr stolz auch drauf. Sieht sehr, sehr geil aus. Der, ähm, die Bachforelle, Alter. All das ist mittlerweile Teil von dem, was ich hier alles mache. Wenn ihr da Bock drauf habt, auf solche Sachen, gönnt euch. Das läuft alles offiziell über Amazon. Ansonsten, der Support ist schon wahnsinnig groß. Nicht zuletzt einfach durch das Zuschauen, durch das Anschauen der Videos, durch das Kommentieren, durch das Abonnieren des YouTube-Kanals. Ähm, mega gut. Vielen, vielen Dank dafür. Auch fürs Zuschauen und Dasein, ähm, auf Twitch. Auch das hilft wahnsinnig. Petri zusammen, ihr Lümmels. Ich freue mich auf die nächsten spannenden Jahre. Vollgas hier im Game und auch mit den nächsten kommenden Games. Da bin ich sehr gespannt, was uns da noch weiter verbindet und wie wir da weiter zusammen ans Zocken kommen. Bis zum nächsten Mal.